Hallo und willkommen. In dieser Videoreihe zeige ich dir, wie du in dein Spiel Benutzerkonten integrieren kannst. Du lernst also, wie sich deine User registrieren und anmelden können, wie du Informationen aus den einzelnen Accounts dann ausliest, eine Rangliste erstellst und das Inventar mit Gegenständen und einer Ingame-Währung dann verwaltest. Also, los geht's! Zu Beginn stellt sich die Frage, ob wir das alles selbst programmieren sollen, also über einen eigenen Server, beispielsweise per MySQL. Und dann die einzelnen Daten über eine eigene Datenbankverbindung hier versenden bzw. empfangen. Oder ob du auf einen Dienst zurückgreifst, der genau diese Funktion bereits anbietet, also in Form einer Cloud. Das Ganze nennt sich auch Backend-as-a-Service, also B-A-A-S. Und persönlich empfehle ich dir, erst einmal auf so einen Dienst zurückzugreifen. Denn sonst musst du alles selbst programmieren und das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern bringt auch viele Hürden mit sich, wie beispielsweise sicherheitstechnische Hürden. Zwei der bekanntesten Dienste, die sich auch gut in Unity integrieren lassen, sind zum einen hier Playfab und zum anderen Gamesbox. In dieser Videoreihe werde ich dir Playfab zeigen, also das hier, da es sich sehr gut mit der Multiplayer-Erweiterung Photon verknüpfen lässt. Also ganz egal, ob du jetzt Playfab für dein Spiel verwendest, damit sich die Nutzer nur registrieren können, oder ob du das dann in Photon integrierst, du kannst für beide Fälle diese Erweiterung verwenden. Es gibt hier diesen Essentials-Plan und der Essentials-Plan, der ist kostenfrei. Dieser Essentials-Plan reicht auch für das, was wir vorhaben, aus. Also du kannst die Player-Profile erstellen, Content-Management, In-Game-Commerce, Real-Time-Analytics und beispielsweise auch Leaderboards. Also du kannst dir deine eigene Rangliste damit erstellen. Okay, um also jetzt hier mit Playfab zu starten, klickst du hier auf Sign Up und erstellst dir dein eigenes Benutzerkonto. E-Mail-Adresse und Passwort eingeben, ich mache das gleich einmal. Danach klickst du hier auf Create a free account. Zum Abschluss noch die E-Mail-Adresse bestätigen. So, hier ist die E-Mail, Playfab Developer Success. Verify your E-Mail-Adress und dann klickst du hier auf diesen Verify-Button. Danach öffnet sich nämlich dieses Fenster hier und da musst du nur ein paar Kontaktinformationen hinterlegen. Ich mache das gleich einmal. Telefonnummer hinterlege ich hier nicht und bei Studio Name, da kannst du einen beliebigen Namen festlegen. Ich lasse das jetzt einmal auf My Game Studio und klicke hier auf Continue. Tell us about your game. Die Daten hier musst du nicht unbedingt ausfüllen, du kannst hier direkt auf Create a Title unten klicken. Okay, nach dieser Konfiguration solltest du auch hier im Dashboard angekommen sein. So sieht das Ganze aus. Dann siehst du hier alle Einstellungen bezüglich deines Spiels. Das bedeutet also auch hier bei User wirst du dann sehen, wenn sich jemand registriert hat und auch bei Logins, wenn sich jemand angemeldet hat, also einer deiner Spieler. Wenn du deine Projekte verwalten möchtest, also wenn du beispielsweise mehrere Spiele hast und für jedes dieser Spiele ein eigenes Login-System erstellen möchtest, dann klickst du hier oben auf den Playfab-Button, also auf das Icon hier oben. Dann kommst du zur Hauptseite, das ist SlashMyGames. Und hier kannst du sowohl das Game Studio verwalten, als auch die einzelnen Titel. Du siehst hier auch, standardmäßig ist da schon das Game Studio, das du eingegeben hast bei der Registrierung und ein Spieltitel. Ich lege mir jetzt einmal ein neues Studio hier an und nenne das hier so wie ich heiße, Authentication Provider. Dann lassen wir Prefab und schon wird ein neues Studio erstellt. Und dieses Studio hat jetzt automatisch auch schon ein Spiel hier. Das lässt sich auch umbenennen über das Zahnrad, Change Name or Logo und dann kannst du diesem einen neuen Namen geben. Ich nenne das jetzt hier einmal YouTube Tutorial. Wenn du zu diesem Studio einen weiteren Titel hinzufügen möchtest, dann klickst du auf das Zahnrad hier rechts und dann kannst du über New Title ein neues Projekt hier hinzufügen. Okay, wichtig zu verstehen ist jetzt, sobald du auf eines deiner Projekte hier klickst, erhältst du die Ansicht deines Dashboards. Also du siehst jetzt hier alle Daten, die mit meinem Projekt YouTube Tutorial aus meinem Game Studio hier zusammenhängen. Wenn du das Projekt wechseln möchtest, dann begebe dich hier wieder zurück über den Playfab-Button und dann wählst du ein anderes Projekt. Dann siehst du hier oben rechts, da ändert sich das Ganze jetzt. Das ist wichtig zu wissen, denn es kann manchmal zu Verwirrungen kommen, wenn man eigentlich im Unity irgendwelche Spieler jetzt zu Testzwecken registriert hat. Und hat dann aber hier den falschen Titel aus dem falschen Game Studio gewählt, dann zeigt es diesen einzelnen Nutzer, den man registriert hat, hier nicht mit an. Wir werden aber zu den einzelnen Punkten hier im Dashboard im Detail noch kommen. Ja, soviel erstmal zum ersten Video dieser Videoreihe, wie du dir dein eigenes Account-System mithilfe von Playfab in Unity erstellen kannst. Im nächsten Video werden wir dann die Playfab-Erweiterung in unserem Unity-Projekt installieren und dann auch gleich die Verlinkung zu unserem Titel, den wir hier angelegt haben. Bei mir heißt das ja YouTube Tutorial, also eine Verlinkung zu diesem Titel direkt auch gleich erstellen. Freu dich also schon einmal darauf, bis dahin, bis zur nächsten Folge, ciao!